So, ich habe jetzt mal ein bisschen Aufnahme gestartet. Das entdeckte ich ja wieder eine ganze Menge. Oh ja, der ist... Ach, du hast ohne Angst angeht. Wollen wir erst mal auf den Fußboden fertig machen? Dann können wir uns hier besser bewegen, ne? Hier liegt ansonsten niemand rum. Gut. Ich piek sie mal an. Oder willst du anpieken? Oh, ich mache. Okay. Komm her zu mir. Komm, komm. Ich bin mühe. Ich sehe hier noch zwei grüne. Und dort... ja. Okay. Okay. Oh, sechst du da schraubst so viel, ente? Ja, wo läuft der lang? Gut. Hier ist noch einer neutral. Da drüben sehe ich noch einen neutral. Na, also hier Richtung Südwest. Ja. Zweimal durch West. Und wo will der hin? Ich will nicht weglaufen. Ich will nicht weglaufen mal spolen. Okay. Den da drüben hast du auch gesehen, ja? Ach, der ist schon weg. Ach, der ist schon weg. Okay. Ja. Dann lass das hier mal rumgehen, ne? Ach, das ist los. Ja, unter der Decke sehe ich jetzt keinen mehr, ja? Gut. Dort. Da kannst du den normalen runter holen. Ja. Habe ich geschafft. genau, die wird berendet. Da, ich kenne die schon wieder. fertig bin. di. Ich guckte das hier. Ich bin dreimal. Ich bin dreimal. Beide das hier. Oh, das ist nie. Toilette ist niemand Gut, okay Man kann es gleich im Treppenhaus weitergehen Gut 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 Vielen Dank.